So, hi hi! So, da sind wir wieder! Wir haben, und wie es war komisch, wir dachten, wir haben da was noch nicht, aber anscheinend haben wir es doch schon. Ja, irgendwie hat sich hier was, äh... Nicht so richtig eingeprägt, und, äh, ja, herzlichen Glückwunsch, wir stellen euch vor die wunderschöne Kamiko! Beautiful, the beautifulest person in the world! Ja, keine Ahnung, wie die greifen soll, Alter! Ich muss erst mal daneben schießen, wow, lady! Wo ist er, wo ist er? Der Körper oben ist vermissbarer als die Beine, aber ich glaube, die Beine müssen vorerst erst mal abfallern oder so. Bisschen konzentrierend, wir machen gleich nur ordentliche Anmacht für euch. Wir prügeln halt direkt in den Kampf hier rein. Wow, Kamiko, geh weg! Ja, weil wir auch eigentlich dachten, dass wir hier noch nichts Neues haben, weil es... Oh, ich bin los! Outschi, outschi, outschi! Oh, ich hab einfach mal 14.000... ... statt, äh, ... blödiges Zeilen, wiederbelebt zu werden. Läuft bei mir. Wieso will die immer zu mir? Aber Kamiko! Du bist braun, genau wie du! Nochmal, ey! Geh auf den Typen-Dead los! Du wirst dich! Kamiko, wir sind... ... Schreiter! Was ist sie? Ähm, ja, es gab jetzt einen relativ großen Match für, äh... Ja! Ja, so was kann man schon noch verraten... ... an deinen kostenlosen Dealsten! Hey, not in the face! Ah, hängt ja noch gar so über das... Der Sun, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist der komische Sack an ihrem Hinterkopf am empfindlichsten, ne? Ja! Jetzt lag doch nach! Ich hab hier kein Damage... Wieso mach ich denn kein Damage? Weil unten Viecher sind, die gewechseln müssen! Ja, das Spiel wollte ich da gerade besiegen und ich habe eben kein Damage gemacht. Das meine ich. Ich muss da nicht doch dringend die Waffe wechseln. Irgendwie kriegen die kein Damage. Wie stark sind die denn? Keine Ahnung. Ich muss mir auf jeden Fall gerade erst mal helfen. Ja, frag mich mal. Er ist tot. Alter, ich kann gerade gar nicht reden. Ich muss mich konzentrieren los. So, du warst zwei, ist auch tot. Amico! Ich muss die Waffe wechseln. Einen Moment bitte. Oh, Lady, ich muss die Waffe wechseln. Stoppiss dich! Ich muss die Waffe nicht wechseln. Ich habe keine Muni mehr in der anderen. Alter! Alter, ist abartig! Wichtig! Das ist ja gerade das Problem. Das ist ja gerade das Problem. Alter, du musst mal diesen Agro-Mode reinmachen. Hm, mit der Plasma-Kanone nimmt das ziemlich viel Damage. Ich glaube, du musst allerdings auch gut zielen können. Ich stehe jetzt schon wieder hin. Ey, die bleibt aber eine Sekunde stehen. Du musst auf die Mini-Card achten und die Halfpacks sammeln notfalls. Ach so, es ist gar nicht so einfach. Sorry, weil ich konzentriere mich gerade eher aufsichtig. Wo ist er? Wo ist er? Das Problem ist, sie zu finden. Das Teil wird echt nervig. Alter, auf seinen Arsch. Auf seinen fetten Arsch, Kamiko. Äh, Kamiko. Jetzt bin ich schon wieder bei dem anderen Spiel. Ist gleich fällig. Ja, du Sack-Sack-Ratte. Nein! Alter, nein! Komm! Leck mich doch, Alter! Ah! Es ist einfach... An Idiot! Okay, los geht's. Wo? Anywhere but here. Oh, Wang. Es ist zu lange. Amiona? Ist das du? Was du? Was du sehen ist, ist nur eine Reflexion. Ich bin in meinem Tempel. Hey, listen. Ich würde gerne aufhören, aber ich habe die ganze Welt auf meine Arsch. Kannst du, ähm... Komm. 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 Wir werden Sie dir schütteln. Entschuldigung? Entschuldigung? Es ist das wenig ich kann für mein Bruder's dear companion. Eigentlich, das klingt ziemlich gut, gerade jetzt. Es ist fertig, dann. Schau mich zwischen meinen Mountainsern. In der Valle, wo der Sonne nicht schlägt. Und damit herzlich willkommen. Wir kommen zurück bei Shadow Warrior 2. Es fing mit einem verdammt großen Knall an. Und wir dachten eigentlich so, hä? Wir sind vielleicht jetzt noch gar nicht gestartet. Und dann steht da auf einmal so ein Bossgegner Kamiko bedenkt. Und so, scheiße! Und dann einfach schnell Aufnahme an. Ja. Das letzte Mal haben wir ja den guten Smith verloren. Talos hat ihn einfach umgebracht. Das ist so seine Art und Weise, das Ganze hier zu regeln. Ich habe kein Geld, keine Einnahmen, keine Hoffnung. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Erde. Henry Miller. Merkst du, jetzt weißt du, warum ich ihn umgebracht habe. Ah. Ähm, dieser Rage-Word, muss ich sagen, ist ziemlich brutalst heftig. Ich weiß nicht, ob ich ihn einmal ausgeführt habe. Ich habe es einmal geschafft. Ich habe nur noch rot gesehen. Ja, ich habe auch nur noch rot gesehen. Ich habe ihn auch einmal ausgeführt. Oh, mein Glückskeg ist brennend. Der wird nochmal gebraten. Je größer er ist, desto tiefer sein Fall. Du musst dir also keine Sorgen machen. Das klingt auch schon wieder so falsch. Genau wie die Zucht zwischen beiden Bergen nach mir. Wait, what? So, jetzt gucke ich aber nebenbei mal kurz auf die Missionsliste. Was haben wir denn hier so? Weil hier nicht so viel Muni und ich kann hier nicht mitnehmen. Abgeschlossen, 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 abgeschlossen. Ne, wir können nur noch der Hauptstory gerade folgen. Irgendwo hier liegt du für mich. Ich weiß nur nicht wo, weil ich hier auch nirgendwo mal reinkomme. Ich kann es dir leider auch nicht sagen. Harry! Harry! Alter Fenner! Alter Fenner! Alter Fenner! Ja, eine Sache muss ich da auch... Da muss ich schauen. Ich muss meinen Bogen ändern, Alter. Also, wie gesagt. Es gab da letztes Mal ein relativ großes Update mit einem neuen Tree DLC. Welches wir wahrscheinlich noch nicht spielen können, weil wir erstmal die Hauptstory runterlappern müssen. Wer kennt den Blit? Ih, scheiße Hauptstory. Ja, ja. Unser leidiger Gegner. Was habe ich denn hier? Enras Urteil. Wie ist das Ding denn her? So, äh, was macht das denn? Wieso habe ich eine Waffe, von der ich nichts weiß? Wo hast du denn die? Ich war wieder ganz gut. Wo ist die denn? Äh, unter... Bo... Da, wo der... Bo... Bo... Meine Fresse! Wo das Langbogen zeichnet! Das hängt wahrscheinlich auch mit dem Dings zusammen, mit dem DEC, der jetzt kam. Das ist ein Gauss-Gewehr! Hand des Kaisers... Hand des Kaisers habe ich auch, aber die kommt mir bekannt vor. Ja, die hat noch bekommen da. Das ist die Elektrowaffe. Aber der Fujin, äh, kommt mir auch nicht bekannt vor. Ja, der kam mir auch nicht so ganz bekannt vor. Das ist ein Granatwerfer. Der ist auch neu. Aber der hat auch gleich irgendwas drin, da ist schon bei mir. Und ich habe ein Set 45 Katana. Das hatten wir. Das habe ich auch getragen. Ja stimmt. Ich habe hier auch den King Skeletor. Schwere Feuerwaffen. Maschinengewehr. Oder wir haben schon so lange nicht mehr gespielt, dass wir es einfach selber nicht mehr wissen. Das kann auch sein. So. So, ich packe mal was Neues für uns rein, für den Koop-Widerstand. Was habe ich denn in der Rüstung? Was dumm ist, jetzt haben wir hier natürlich auch keinen Händler mehr, ne? Ja. Flammen, Aspekt, Schadenheitsfeuer, Brunnen, aber... Wenn ich denn ein Elementar sehe, der heißt... So, habe ich mir das Ding direkt einfach mal, äh... 81,6? Mal gucken, ob ich noch höher komme. Könnte man seine Waffe... Ah, so könnte man seine Waffe... Das habe ich eben die ganze Zeit so... Alter, das Ding sieht mega geil aus. Geistestempo. Es hat ein bisschen was, als wäre es aus dem Universum von Alice. Hat schon was. Was wäre aus dem Universum von Alice? Hier. Die Waffe. Welche? Geist du gucken bei mir. So. So. Ja, wir haben natürlich jetzt hier leider keinen Händler, das ist ja doof. Oh, das Katala. Nice. Hab ich schon irgendwas auf dem Katala drauf? Nein, ich hab nix auf dem Katala drauf, das heißt... Eigentlich war jetzt nämlich auch der... Das muss man auch nochmal sagen, äh... Der Plan, dass wir das vorher machen, das Updaten. Nochmal. Bevor ihr dabei seid. Ja, jetzt müssen wir es leider so machen, weil keiner hätte jetzt gerechnet, weil... Ich war jetzt im Festen Glauben, dass wir wieder da anfangen, wo wir aufgehört haben. Also bei Smith in der Dings und ich direkt, äh, auf die Fresse bekommen. War jetzt mein Fehler, sag ich mal. Oh, der Puncher. Hab ich bekommen. So. Okay, schau ich... Ich schau mal ganz, 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 ganz schnell noch, was ich upgraden kann und dann gehen wir so noch weiter. Das dauert nämlich hier sonst einfach alles viel zu lange. Das ist ein bisschen doof. Kann ich denn nichts auf das Katala packen? Ein bisschen doof. Ich kann, was... Konntest du irgendwas auf das neue Katala packen? Bei Elementarkräften? Äh, ich hab auf dem Dings hab ich, äh... Giftschaden. Ich kann nix draufpacken, egal was ich mache. Ich kann auf das Katala nix machen. Ne, ich hab da aufs Prof. Was ich auswählen kann, ist halt, äh, der Ripper oder so. Das ist grad, äh, sehr komisch. Den Ripper würde ich auch mal austesten. Ach, das ist, weil das Katala schon voll gedamaged ist, deswegen. Ich hab nix gefragt. So, ich würd sagen, äh, dann machen wir mal los hier, sonst dauert das noch ewig. Natürlich kann ich über diesen LKW jetzt nicht springen. Ich will ja mein Buch, Alter, das lernt doch grad. Wahrscheinlich irgendwo hier zwischendurch guck ich dran. Was weiß ich, dass ich dieses Portal da latschen da vorne, ja. Ja, das werden wir müssen, so. Jetzt muss ich das nur noch kurz auswählen. Den Ripper. Ähm, wo mach ich das denn? Waffen ausrüsten. Ähm, was nehmen wir dann da raus? Das nehmen wir raus. Schön, dass dieses Portal für mich einfach nichts ist, außer nur ein Fleck in der Wand. Ich hab immer auf den Host warten muss. Zack. Du kannst sagen, du nimmst mich ja auch mit. Sollte eigentlich der Fall sein, automatisch. Nimm mich mit! Jetzt nochmal kurze Sorry für das kleine Upgrade-Rundchen. Aber ging grad leider nicht anders, wirkt. Spiel hat uns unser Plan versauen! Ja. Spiel hat uns fett getrollt. Don't feed the troll. Synchronisierung mit Netzwerk, bitte warten!